Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo mit am Start. Heute gibt es neue SPC-Code, es ist Sonntag, es ist kurz um 19 Uhr. Deutschland ist Weltmeister, zumindest im Basketball, Freunde, und der Flick wurde heute entlassen. Lasst mich da schon mal gerne eure Meinung zu wissen, zum einen zum Basketball mit der Weltmeisterschaft. Habt ihr es heute geschaut? Wenn ja, nein, vielleicht seid ihr überhaupt daran interessiert. Schreibt mir das mal in die Kommentare und was eure Meinung zur Flick-Entlassung. Das direkt schon mal vorweg zum heutigen Video. Wir gehen heute rein in die zweite neue Ära Nummer 2-Geschichte. Wir gehen rein wieder in die Tagsarmelder-Abgabe der SPC und wie ihr sehen könnt, Lois und Pender als neue Spieler SPC draußen und die 82x100er ist zurück und günstiger. Also, wir haben heute einiges zu tun, Freunde. Packs gehen wir rein in einige Player-Picks. Und wenn ihr mich interessiert, was hattet ihr in eure Packs und Player-Picks heute drin? Schreibt mir das auch rein, runter in die Kommentare, da für einen guten Rundfuss. Falls ihr neu seid, überlegt gerne die Glocke zu aktivieren, denn ich bin nach wie vor täglich für euch am Start, bis es dann am 22.9. losgeht mit der AFC. Falls ihr also nicht verpassen wollt, gerne kostenlos die Glocke auf den Weg gerichtet zu 60.000 Abonnenten. Auf jeden Fall mal aktivieren und nicht vergessen auch ein Like da zu lassen. Geht ganz ganz schnell, nehmt euch kurz die zwei Sekunden Zeit, Freunde. Wäre auf jeden Fall Ehre. 500 Likes heute. Das Like-Ziel, mal schauen, ob wir das hinkriegen in den nächsten 24 Stunden. Wir werden es morgen abchecken und damit starten wir erstmal in aller Ruhe. Bevor wir zu Pender gehen, gleich zu Footballen und zu den Packs und Player-Picks erstmal mit der Tagesanmeldeabgabe der SPC, wo wir uns für den einen Brausenspieler natürlich direkt erstmal 83 Doppelspieler einmal abholen. An dieser Stelle wie immer jeden Tag hier die Erinnerung an euch natürlich da reinzugehen. Zehn Tage ist das ganze Ding noch da und insofern vergesst es nicht zu machen. Dann haben wir am Start die neue Ära 2-Geschichte. Da heute 84-Picks-Player-Pick wieder am Start. Natürlich noch einmal wiederholbar dazu. Drittmal insgesamt und zum zweiten Mal nehmen wir das mit. Elf Brausenspieler, die wir da abgeben müssen. Wir kennen den ganzen Hasen und zack, können wir abgeben für den Player-Pick und für ein weiteres Pack nachher auch in den Zielen. Und der große Grind natürlich dann auch, um eben die Boni dann im neuen Ultimate-Team eben zu bekommen. Zack, einmal das auf jeden Fall abgeschlossen. Einmal dürft ihr das ja vergessen quasi. Und damit öfter wir schon mal den 84-Picks-Player-Pick und die gönnen uns... Hey, Verratti! Ja, wie ich heute gelesen habe, ja jetzt auch kurz vor einer Einigung weg von PSG dann wieder zu sein. Ja, also Verratti wird auch wahrscheinlich dann transferieren, dem Geld hinterherlaufen sozusagen. Und damit kommen wir zu den zwei anderen SBCs des heutigen Tages. Luis Openda und zwar in 8200er. Gehen wir erstmal auf Openda ein, Freunde. Es sind nämlich zwei Segmente. Natürlich eine transferierte Moments-Karte mit Openda. Jetzt Leipzig-Spieler, Bundesliga-Spieler. Und wir müssen halt sagen, Openda ist in FIFA, ja, OP in Person. Also nicht nur im Namen, dass da ein OP drin ist, sondern Openda ist halt wirklich OP in FIFA. Und vor allen Dingen mit seinem 99-Tempo jetzt hier. 97-Dribbling, 96-Schuss, 94-Passen und natürlich auch ein 97-Physis am Start. Zwei Segmente, gehen wir da kurz drauf ein. Ein 87- und ein 88-Grader-Squad hält sich sehr im Rahmen. Sehr, sehr günstiger SBC meiner Meinung nach. Und vor allem für das, was wir eben hier zurückbekommen. Fangen wir an mit der Spieler-Bio. Da sehen wir, und das ist vielleicht so der einzige mini, kleine, kleine, kleine Kritikpunkt. Es sind nur 9 Sterne. Wenn wir im Verhältnis dazu sehen, dass wir jetzt sehr, sehr viel und sehr, sehr häufig 5-5-5-Spieler bekommen haben. Jetzt hier nur 9-Sterne-Spieler. Habe ich auch schon bei Football gesehen. Sind ein paar auf jeden Fall, die das ein bisschen kritisieren. Aber ich würde mal sagen, come on, 9 Sterne darin. Kann man immer noch arbeiten. Klar kann man das jetzt krass hier kritisieren mit den 9 Sternen. Aber ganz ehrlich, Freunde, wenn ich euch jetzt zeige, was er sonst auch kann und was mit ihm abgeht, dann werdet ihr auf jeden Fall auch, denke ich mal, eher auf der positiven Seite sein. Ich bin es auf jeden Fall, denn er bringt mit 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit, der Schuss. Und da wichtig, Stellungsspiel 99, Abschluss 99, 97, Schusskraft, 98 Elfmeter, okay. Und dann geht es weiter mit Passen. 94, da, Übersicht auf 98. Wir haben 99 Flanken, 99 kurzer Pass. Alles, was für einen Stürmer an Pass, der jetzt wichtig ist, sind da vorne mit dabei. Fast maxed out, ja. Und dann ein Dribbling, was auch fast von oben bis unten komplett maxed out ist. Hier wichtig, Bewegigkeit und Balance. Bei 99 am Start, 1,74 niedriger Körperschwerpunkt an der ganzen Geschichte am Start. Und dann haben wir 99 Körperpräzision. Und wir haben noch Diffus mit 97, ja. Wirklich kleiner Kammenzweck dann da vorne. Da freue ich mich sehr drauf. Ich werde ihn abschließen und auf jeden Fall dann mal testen. Aber das, was ich hier sehe, für das, was wir abgeben müssen. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Preis-Leistungs-Verhältnismäßigkeit. Stimmt für mich hier komplett überein. Zuverlässigkeit, da war Angestellten ein Schuss. Wir haben noch Flair und wir haben den Ausrüstschuss. Wir haben dann Tempo-Dribbler für CPU-KI. Das interessiert uns nicht, aber insgesamt fünf Eigenschaften, die wir noch dazu am Start haben. Also, roundabout, das, was wir abgeben müssen, das, was wir zurückbekommen, steht für mich hier komplett. Auf jeden Fall eher mit einem kompletten Daumen nach oben da. Und insofern hier mein erster Eindruck definitiv positiv. Wir werden das gleich deeper natürlich bequatschen und bei Footbind auch dann in den Vergleich gehen zu den bis jetzt Highest-Rateten. Wir kennen es ja Bescheid. Ich glaube, der bis jetzt der Highest-Ratete müsste der aus der Objective-Geschichte gewesen sein, den Weekend-League-Rewards. Den man dann auch später in den SBCs-Objective-SBC ziehen konnte. Aber gut, dazu gleich nochmal mehr. Dann 82.100er. Die ist ein bisschen günstiger geworden. Sie ist wieder am Start. Sie ist ja sehr beliebt gewesen, was ich so die Zeit mitbekommen habe. Letzte Woche ist sie schon mal rausgekommen mit Kim, als die Moments-Kim-SBC kam. Wieder Bundesliga übrigens. Gestern Kane, jetzt wieder mit RB Leipzig, mit Openda. Ein weiterer Bundesliga-Momentspieler. Also da ist die Bundesliga auf jeden Fall nicht schlecht dran. Und wir haben hier 2,91er und 2,92er. Also wenn ich jetzt mich nicht täusche, ein Segment günstiger geworden als im Verhältnis zu letzter Woche. Und dann bekommen wir natürlich hier auch kleine, feine, feine Packs. Vier Stück von der Anzahl leer. Und dann natürlich das 82.100er-Pack als Reward. Vielleicht gehen wir heute rein in das ein oder andere 82.100er-Pack natürlich auch noch. Kann ich euch nicht versprechen. Vielleicht eins, vielleicht keins, vielleicht auch mehrere. Das werden wir gleich bequatschen. Aber vorher werden wir uns anschauen, was war in den Zielen, wenn ich freigeschaltet habe. Das ist zum einen, wie gesagt, die neue Ära-Geschichte zum zweiten Mal abgeschlossen. Dann nehmen wir mit ein 5,85-Plus-Pack. Nehmen wir mit, holen wir uns ab. Und dann holen wir uns in den Tagesanmeldungen ein 3,85-Plus-Pack fürs elfte Mal. Insgesamt abschließen der ganzen Geschichte. Also das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr wild. Und 1.000 EP. Und damit kommen wir dann eben auch weiter zu Level 25. Das 30,84-Plus-Pack. Und da kann ich auch schon mal ein bisschen teasern. Clip-Channel, Freunde. Heute Abend gibt es hier diesen Level 25 Bonus sozusagen auf dem Clip-Channel. Auch andere unterschiedliche Level-Boni vom Season 9 Pre-Season-Swaps gibt es auf dem Clip-Channel. Link dazu ist in der Beschreibung. Check das gerne ab. Und heute Abend, spätestens um 22 Uhr, kommt dann zum 30,84-Plus-Pack Level 25 Report mein Pack. Mein Level 25 Pack. Mein 30,84-Plus-Pack auf jeden Fall auf dem Clip-Channel online. Kann ich euch schon mal ein bisschen teasern. Ich werde es dir nachher im Stream aufnehmen. Und dann kommt das auf jeden Fall bis heute spätestens 22 Uhr online auf dem Clip-Channel. Aber jetzt wollen wir uns erstmal um und das sind elf Sets im Shop erstmal darum kümmern. Was haben wir am Start? Ich habe jetzt einiges eben noch ab 17 Uhr ein bisschen freigeschaltet. Mit Arthur angefangen und hier und da ein bisschen weitergecraftet. Und was mitgenommen in den Objectives. Natürlich will ich euch das nicht vorurteilen. Und deshalb werden wir jetzt hier alle Packs öffnen, die da sind. Und natürlich in erster Linie die, die wir uns jetzt auch gerade quasi on point mit den Borse-Spielern geholt haben. Heißt 5,85er, 3,85er und so weiter und so fort. Lass uns aber erstmal hier die kleinen Fight-Packs runterziehen. Elektrum-Spieler-Pack. Vielleicht ist da ja auch schon der ein oder andere Special-Karte drin. Ich glaube, wir hätten alle nichts dagegen. Hier haben wir auch Endo noch nicht die Liverpool-Karte. Das war auch witzig. Wenn der eine Moments-Karte kriegen könnte oder würde. Wer wird noch eine Moments-Karte kriegen? Vielleicht auch das gerne mal in die Kommentare predikten. Gerne mal reinschreiben in die Kommentare, Freunde. Generell, ich hoffe es auf jeden Fall, dass ich es nach wie vor vorher das Tech für euch am Start bin. Ich habe euch vor ein paar Tagen gefragt, wie sieht es aus? Soll ich ab einem bestimmten Zeitpunkt quasi EAFC-Videos nur noch machen? Soll ich weiter durchziehen und hier und da als Bonus-Videos dann EAFC-Videos machen? Ihr habt ganz klar gesagt, zieh auf jeden Fall weiter durch. Zieh weiter durch. Wir haben Bock auf das Ganze. Und deshalb ziehen wir natürlich weiter durch. So, 83 plus Doppelspieler-Pack. Das haben wir auf jeden Fall für den Bronze-Spieler. Und da, sehr schön. Team of the Season. Okay. Ich glaube, den haben wir schon abgenehm. Das heißt jetzt nicht als Duplikat. Taremi ist da. Wer wird es? Noch Zapata. 93er Taremi. Und ein Zapata. Bist du tradable? Bist du untradable? Ja komm, 83er. Kann man mal eben kurz diskarten. Das ist nur ein Spieler. Gehen wir direkt lieber rein ins neue Pack. Äh, 585er und das 385-Plus-Pack. Hatten wir hier eben mitgenommen. Fangen wir damit an. Nächster Totz. Nächster. Welches Rating? Nächster 92er. Mit Fofana. Wer ist hinter? Komm. Rosa. Zwei Rosa. Oh mein Gott. Aller Baut. Hopplack. Zwei 97er Footies. Aller Baut haben wir noch nie gehabt, Freunde. Gucken wir mal gerade preisig rein. Oh, das ist doch ganz okay vom Preis her. Ja, Start. Let's go. Und ein Oblak, den wir natürlich schon lange, lange haben. Fast als erstes quasi gezogen, als das Team neu rauskam. Ey, aber 2,7. Alter, das aus dem 385-Plus-Pack. Das ist ein fettes GGG. Also das ist Wahnsinn. Und den Oblak geben wir kurz in der SPC ab und dann bin ich direkt wieder am Start. So, Freunde, weiter können wir machen. Wir haben gerade mal ein Muster abgeholt. Zack, haben wir die SPC jetzt auch fertig. Die zwei Stück mit Pullisic. Und machen dann weiter. Aber was war das für 385-Plus-Pack? So kann es gerne weitergehen, ey. So kann es gerne, gerne, gerne weitergehen. Gucken wir rein in die nächsten Packs. Zack. Ah ja, das war ja tradable. Können wir die direkt hochpacken. Zack. Und den Discaden. Nächstes Pack müsste dann das 585-Plus-Pack sein, wenn wir da reingehen wollen. Oder wir öffnen erst auf Risiko. Hm. Na komm. Auf Risiko erst mal das 285-Plus-Pack. Weiß nicht mehr, wo es her ist. Team of the Season, der nächste. England. RM. Es wird ein Teller. Neu-Leverkusener. Teller am Start. Mit... Das ist ein Scherz. Das jetzt... Wir haben jetzt gerade nicht Back-to-Back aus diesen 85-Plus-Packs. 87er-Allerbacken. Oh mein Gott, Lord. Ernsthaft? Hä? Was ist hier los? Wir haben jetzt innerhalb von ein paar Sekunden... 3,7... Okay, ich bin direkt wieder da, Freunde. Ab in der SPC mit ihm. Das ist crazy, Freunde. Das ist crazy. Also jetzt wieder ein Alaba gezogen zu haben. So schnell hintereinander. Crazy. Unfassbar. So, er ist abgegeben. Nächstes Trail-O-Pack Primo-Electrum. Schauen wir da rein. Ja, nichts Besonderes. Können wir direkt skippen. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, was hier los ist. Und dann, jetzt aber, gehen wir rein. Und zwar in das 5,85-Plus-Pack. Was könnte uns die Aida? Natürlich wieder Team of the Season. Es wird Portugal. Es wird rechter Flügel. Und es wird ein gutes Rating. Startrating mit 95er-Jota. Mit... Diesmal keinem rosanen. Casemiro, Trent, Giroud. Und ein Thiago Silva. Der direkt einmal auf die Transferliste gehen kann. Das heißt, wir können direkt weitermachen mit den nächsten Packs. Und jetzt bin ich aber überlegen, mit welchen wir jetzt am sinnvollsten... Ach komm, wir gehen mal in das 11er-81er. Warum auch nicht? Team of the Season natürlich. Let's go. Schiele. Torwart, das dürfte der fast lowest-rated sein. Der aktuelle Ernst-Pash-Karten-Packs ist. Ich glaube, der lowest-rated ist 89 geratet. Ach, muttrig ist auch da. 91,90. Und dann ein bisschen was an Futter. Grammarit, tradable. Locatelli, tradable. Williams, tradable. So wollen wir es sehen. Nächstes Pack. Es kann direkt weitergehen, Freunde. Es kann direkt weitergehen. Als nächstes Pack das 3,83-Plus-Pack. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Team of the Season. Argentinien, Stürmer. Ach, hör mir doch auf. Ist er eigentlich gerade zu... Doch, Messi ist zu ziehen, ne? Aktuell. Oh, Icardi. Nice. Und Pautares wieder tradable Transferliste. Und dann haben wir zwei zu gehen mit dem 3,84-Plus-Pack. Und... Walkout. Modric. Brozovic. Brozovic. 86er Brozovic. Alter, hör mir doch auf. Hör mir doch auf. 96er. Der nächste Footies, Freunde. Keen ist am Start. Keen ist am Start. Abfahrt, kann rein in den Verein. Und ihr könnt tatsächlich jetzt, ohne noch in eine andere SPC reingehen zu müssen, in eine 5,85-Pack hier. Das letzte Pack hier im Shop. Bevor wir weitermachen, gleich mit den nächsten. Es wird Brasilien. Es wird Mittelstürmer. Es wird noch ein Romarinho. Mit... Komm, wieder rosa. Einer noch. Oh, drei Tots. Drei Tots. Ja, das sind die 89er-Lowest-Rate, die ich eben erwähnt habe. Balea ist am Start. Und wieder kein Duplikat, wohlgemerkt. Also, ich würde sagen, die Packs, die haben auf jeden Fall gegönnt. Das können wir an dieser Stelle schon mal festhalten. Lasst uns weitermachen. Und ein Step weitermachen. Und zwar bei Foodpin. Ah, da haben wir direkt Openda auf Start. Sehr gut. Also, gehen wir kurz auf den SPC-Uerblick. Wie sieht es da aus? Los, Openda. Roundabout 100.000 Münzen. Kommt sehr negativ an. Manchmal, wie gesagt, ich verstehe die Foodpin-Kommission. Manchmal nicht. Kann auch sein, dass viele dann irgendwie downvoten, weil er bei RB spielt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sich einige Deutsche einloggen wegen RB. Wie gesagt, ich bin auch kein großer RB-Fan. Aber ich fände es krass, wenn das so wäre. Ich kann es nicht 100% nachvollziehen. Darauf will ich hinaus, dass er so downgewohntet ist. Openda. Aber die Karte ist wirklich immer nice gewesen in FIFA. Und ich glaube, die wird auf jeden Fall auch richtig hart eskalieren. 82x100 da. Kommt jetzt mit roundabout 380.000 Münzen um die Ecke. Und da muss man natürlich erstmal schlucken. Ob sich die lohnen oder nicht, werden wir gleich herausfinden. 60, 40. Da kommt es aber relativ gut an. Klar, es sind eben auch nur noch vier Segmente. Und das hat man dann relativ schnell eben auch fertig und einmal durch. Los, Openda. So, okay. Foodpin hat ein bisschen hier was am Design geändert. Ihr könnt aber nach wie vor alles richtig und gut sehen. Sie haben hier quasi den Preis drin. Wir haben hier Two Challenges to Complete. View SBC Challenge kann man dann direkt draufklicken. Und dann haben wir nochmal komplett auch draufstehen. Erstmal Release Date. Und eben auch, wann er eben dann wieder weg geht. Also 17.9. Expired. Und das ist auch gut to know quasi. Einmal für alle Plattformen quasi hier zu wissen. Und dann wissen wir natürlich hier, der 90er war bis dato der Highest Ratede. Oh, und die Zahlen. Das ist weh. Oh, das muss ich aber gerade mal sagen hier. Das sieht wirklich. Also man kann jetzt, ihr ja auch. Ich kann mal gerade hier auf dem Beispiel gehen. Ja. Ihr seht es halt jetzt auch viel, viel besser. Und das war so ein kleiner Kritikpunkt, den ich persönlich auch wirklich hatte. Man sieht es viel besser, wenn wir den Vergleich machen. Wo sind die Downvodes? Dickes, dickes GG an EA. Äh, an EA sei schon, an Footbillen erstmal. Fünf Schuss haben wir da am Start. Äh, acht passen. Ja, sieben Dribbling. Neun Death. Pace hat er immer schon, das wissen wir. Und die Vier-Füßes-Upgrade. Also die sehen teilweise richtig gut aus. Defensive Awareness plus 13. Ähm, haben wir am Start. Schuss, wie gesagt, passen plus 8. Ist auch massiv gut. 98 Vision, 99 Crossing. Also das sieht sehr, sehr cool aus. Und dann haben wir Evolutions hier auch schon. Fürs EAFC-Ding drin. Wir haben die Eigenschaften hier. Fünf Trades, wie gesagt. Wir haben alles wunderbar in der Übersicht. Also ich muss euch ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ich... Auch da gerne die Frage an Aussicht, Freunde. Grafik first. Okay, wir können hier direkt... Ah, das sieht natürlich nice aus. Wir können hier dann direkt den grafischen Dings uns anschauen lassen. Okay, similar players haben wir hier einmal hier unten. Das müssen wir da gerade mal abchecken. Hier haben wir immer noch ganz unten quasi chemistry styles. Hier haben wir auch die Segmente sogar. Hey, das ist ja richtig cool. Alright, also muss ich sagen, finde ich gut. Wie sie es hier geändert haben. Current Accelerate haben wir hier am Start. Und dann auch schon die jeweiligen chemistry styles. Wir können hier chemistry ändern. Also ich sage mal so, Designänderung leicht bei Footbin. Da sieht man, was so kleine, feine Änderungen auf jeden Fall ändern können. Ist auf jeden Fall positiv. Ist sehr, 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 sehr schön. Da gehen auf jeden Fall Grüße raus an Footbin. Gefällt mir. Lose of Panda. Lasst mich gerne mal auch mal wissen, wie ihr es jetzt hier findet. Neu gemacht worden. Immer noch Generationsvergleich. Also sieht gut aus. I like. Lose of Panda auf jeden Fall. Für mich geht der Daumen hoch. Und damit gehen wir rein. Und zwar zu den nächsten Packs. Also let's go. Und rein da. So, Freunde. Da war es am Start. Das 82-200er Pack aus der Community. Starten wir damit direkt mal rein. Was kann uns die Aiden denn gar geben? Natürlich erstmal der Tots zu Start. Wir wissen es alle. Deutschland. ZOM. Und es wird ein Big Musiala. 97er. Eben ich die 97er Footies gezogen. Hier machen wir es weiter mit dem 97er Musiala. Und was ist hinter? Oh, 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 oh. Erste Seite schon mal sehr gut. Neun Duplikate. Das ist unter meiner Facecam. Sieht man nicht ganz. Ja, Gold, Gold, Gold. Und was ist hinten dran? Das ist jetzt das Wichtige. Oh. Ja. Mertens haben wir. Klaus. Wir haben Grealish. Wir haben Azar. Wir haben Bailly. Wir haben Ochoa. Wir haben Raikard. Und, ach, komm mal. Und da nochmal 99er Donnarumma. Ja, das ist doch nice. Das, damit kann man doch arbeiten, oder? Rein ist der erste 82 Pluser. Let's go. Und da sind wir beim nächsten 82 Pluser. Wenn das ähnlich gut aussieht, wie das eben. Hey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir starten rein mit Portugal. Mit Linker. Flügel. Und auch wieder hohes Rating. Petro Gottschall. Wisst ihr noch, weil das hier rausgekommen ist? Wie teuer er war? Wahnsinn, ne? Oh, hier geht es direkt. Auf der ersten Seite mit Goldkarten los. Aber wir haben 46 Duplikate. Oh my good lord. Eieieiei. Also der Feind scheint zum einen voll zu sein. Und vor allen Dingen mit High-Rated-Futter voll zu sein. Wir gucken rein. Ja. Da ist Alaba. Wie viel? Wir haben jetzt dreimal Alaba gezogen heute im Video. Ich glaube, das ist doch wild. Und was ist jetzt hinten dran in Duplikaten? Da muss es jetzt große Fische. Ey, nochmal ein Pelé. Ey, also Freunde. Ganz ehrlich. Richtig gut. Richtig gut, was da um die Ecke kommt. Gut. Pelé ist jetzt auch noch bei 80k. Aber, ja, ihr seht es hier. Alaba ist immer noch gut gepriced. Wir sind dabei. 220.000 Münzen. Und damit rein ins der erste Pack. Crazy. Wahnsinn. Also, zweimal 82x100er-Packs. Ich glaube, die sahen sehr, sehr gut aus. Wir können festhalten, die 82x100er-SPC auf jeden Fall auch. Einen fetten Daumen nach oben. Top auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Vier Segmente. Und was wir da jetzt draus gezogen haben, hat sich auf jeden Fall sehen lassen. Falls ihr noch mehr von mir jetzt sehen wollt, könnt ihr gerne das Video mal von gestern abchecken. Da sind wir zwölfmal rein in die Level-Up-Player-Packs gegangen. Die sind komplett eskaliert. Also, falls ihr es verpasst habt gestern, dann gerne jetzt hier unten das Video abchecken. Sonst gerne auch morgen wieder dabei sein. Schaltet ein, die Glocke zum einen. Und auch morgen dann wieder, wenn ich da bin. Also, bis morgen Abend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.